liebe freunde der gepflegten unterhaltung es ist zeit für traktv neue freunde der gepflegten unterhaltung willkommen zu meinen vorstellungsvideo und zwar ich bin der andy von andy on tour eigentlich und ich werde quasi auf traktv die hashtag fernverkehr playlist quasi übernehmen und mit ihr schon mal einen kleinen eindruck bekommt was dann quasi so auf euch zukommt kommt jetzt einfach mal meinen trailer von meinen eigenen kanal quasi und ja ich wünsche viel spaß dabei wir sehen uns auf jeden fall auf traktv bleibt dabei bleibt dran lasst ein abo da ganz wichtig daumen nach oben und hab viel spaß wir haben auf jeden fall viel spaß mit dem kanal und ja wir freuen uns auf euch definitiv in den sinne haut das rein macht das gut bis später bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Und wir, und wir wissen, 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.